Da lasse ich dich gerade mal für 30 Sekunden allein und schon betrügst du mich mit deinem jüngeren Mann. Steven, mein Gott, ich hatte nicht einen Moment die Absicht, dich allein zu... Emily, hast du auf deine alten Tage etwa deinen Humor verloren? So kann es nicht mehr weitergehen. Ich fühle mich so mies dabei. Ich muss es ihm sagen. Wir haben schon so lange gewartet. Warte noch ein bisschen, bis wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Was denkst du, was Steven tun würde, wenn er von David wüsste? Eifersucht ist der zweitälteste Grund auf der Welt, jemanden umzubringen. Tatsächlich. Und was wäre der älteste? Geld schätzchen. Gegen sein Unternehmen wird seit fast einem Jahr ermittelt. Ihr Mann kann jeden Moment vernichtet werden. Das heißt, wenn du stirbst, kassiert er 100 Millionen? Etwa in der Größenordnung. Du bist nicht sehr erfreut, mich zu sehen, nicht wahr? Er hat auf mich gewartet. Da ist was faul. Er weiß Bescheid. Sie sind meiner Frau nicht zufällig begegnet. Bei ihr ist es Liebe. Für sie ist es Arbeit. Es ist ein Geschäft. Und meine Frau ist der große Preis. Und nun? Eine halbe Million Dollar. Steuerfrei. Nur dafür, dass ich sie verlasse. Ich sagte steuerfrei. Ich sagte nicht geschenkt. Wofür wollen Sie so viel bezahlen? Dafür, dass Sie sie umbringen. Du bist nicht sehr erfreut, mich zu sehen, nicht wahr? Ich arrivederdepl relatively merchanisch. Woo- Ja, danke. Danke, danke. 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 Naz sind wir w Québec.